hallo und herzlich willkommen zu blackmiff wukong so ja wir waren in der letzten folge woanders weil ich vor hatte noch mal dazu dem wildschwein zurück habe ich auch gemacht aber wildschwein war weg so und ja da habe ich habe ich habe ich die aufnahme abgebrochen und habe geschmückt ja und hätte darauf kommen können das soll hier beim tiger schreien sein jetzt wollte ja irgendwie tiger fleisch haben und hier liegt ja genug fleisch rum das ist das fette viel ich habe ich habe Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Das ist ganz verrückt. Die Schleifern haben wir die Schleifern. Das ist schon so ein Mensch. Der Geist ist nicht so gut. Die Schleifern hat sich in den Schleifern. Das ist nicht so gut. Der Geist ist mir für den Schleifern. Das ist das, dass ich ihn nicht so gut. Oh, jetzt ist es vorbei. Wir werden hier zurück zurück. Wir werden hier wieder zurück zurück. Das ist, dass wir hier wieder zurückkehren. Okay. So, aber wenn wir gerade hier sind. Wir haben ja in der letzten Folge auch da diesen komischen Typen da auf der Brücke umgeklatscht. Und von dem haben wir so ein Kinderspielzeug bekommen. Junge. So, aber jetzt mal nicht. So, aber jetzt mal nicht. Das Arschloch wieder. Komm ran. Oh ja. Oh ja. Oh. Was ist das? Nein! Geh weg! Geh weg! Ach du schon wieder! Geh weg! 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 Ich habe mich nicht geholfen. Ich habe mich nicht geholfen. Ich habe mich nicht geholfen. Jetzt! Haben wir das? Ach Gott! Ach. Ach! Ach. Pissflitsche du. Also da hinten ist der Typ hier auf der Brücke und von dem kriegt ihr die Trommel und dann müsst ihr eigentlich hier zurücklaufen. Machen wir denn jetzt weiter das Schwein oder das hier? Nee. Ja. Beziehungsweise nee. Falsch. Egal. Müssen wir auch, aber... ... 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 Ich erinnere mich grob das hier oben痛woher war, was ich mir später angucken wollte. und jetzt ist grad später ja blut des eisentiers okay und was ist dahinter und pflänzchen duftende jadeblume alles klar gut dann haben wir das auch jetzt hier geklärt ja 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 So, dann erinnert ihr euch hier an den Pferdeprinz, der hier angebunden war. So, und da waren wir schon hier hinter. Und jetzt wird wieder hier grau. So, dann sind wir hier in den Pferdeprinz. Ja, sein Freund da unten. Habt ihr gehört? Seinen Freund? Richtig Bock auf seinen Freund habe ich. Könnte mich wieder leiden. Hören. Der Tiger war bis jetzt der ekligste Gegner. Oh, wie ist das? Ich bin der Gute. Ich bin der Gute. Ich bin der Gute, die Sie in der Karte haben. Ich bin der Gute. Wie ist das? Die Eltern sind weg, um die Karte zu verbreiten. Das Mädchen ist weg. Das ist ein Mann. Yo! 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 Oh, Kalle! Du hast ja mal richtig... ...lack gesoffen! Alter! Ah, guck an! Tja, ne... ...tausch ich nicht... Okay, Kalle! Ich, äh... Ich glaub fast, ich... ...müsste nochmal wiederkommen. ... zeigt. Du weißt ja... Open das hier eben schon mal. Yo! Yo! Kalle, du bist... du hast doch... du hast doch echt... Du hast doch echt... mann! Der Tiger wieder. Der Tiger. Ich hab beim letzten gemacht. Nicht sofort hier den Einfrieren, sondern erstmal... Hehehehe... Ich bin der Tiger. Ich bin der Tiger. Ich weiß nicht, ob ich es nicht verletzen kann. Das ist er. Junge. Ich komme wieder. Der Brunnen des Grundes. Wisst ihr was? Ich habe jetzt keine Lust, dass ich euch hier die ganze Zeit zeige, wie ich draufgehe. Ihr wisst jetzt, wo das Ding ist. Nee. Der Tigerchen, den schnappe ich mir, weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht, weiß ich echt nicht. Weil, selbst der Typ, von dem ich hier das habe, ne? Wie gesagt, ich bin am Anfang der Folge mit euch zusammen da hinten rein. Also hier bei dem. Alter. Alter, kommst du auch noch? Weiß ihr was? Leck mich doch. Ich muss doch nicht mit euch kämpfen. So. Und dann seht ihr, Schwein ist nicht da. Aber Schwein ist jetzt hier. Alter, willst du, willst du kämpfen? Okay. Alter. Alter, willst du, 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 Das war's für heute. Alter! 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 Wie war es schwer! Wie ist es gewinni, dir wie wir uns wiederverstehen? Rüstelmaske! Ich hab ne Rüstelmaske gekriegt. Ja geil. Was ist denn? Du besorbst ihn was für seinen Kater, fütterst ihn mit Seerosen und dann kommt er so. Okay. Was ist das? Oh mein Gott. Oh nein. Was ist das? Was ist das? Das war jetzt, mit dem Kater zu werden. Das war noch nie. Wie ist das? Die Kater der Kater, die das Kater ist. Die Kater der Kater der Kater, die ich beschwingt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ach so war schon alles was noch ein tiger willst du auch kämpfen weiter entspannt Mann, macht doch nicht mal sowas Mann, Mann, macht doch nicht mal sowas Komm her! Das war's für mich. Trägerwächter. Ich mag dich Katze. Okay. Hast du Geschenke? Ja, klar. Kommst du mir so? Gutes Karma, ja, ja. Ich weiß schon. Irgendwie kann ich keinem mir trauen. Und immer Kinder. Der hat mich jetzt zu so einem... ...wütenden Tiger hingeführt, weiß er? Was war er jetzt hier? War auch ein Wächter, ne? Wächtertiger. Wächtertiger sind in Ordnung, weiß er. Aber ein wütender Tiger. Leck mich an den Arsch. Ich leck mich an den Arsch. Habt ihr gesehen, wie der mich vorhin verhauen hat? Was geht denn hier ab, ey? Alter, ist das cool, ne? Das ist alles secret. Wenn du das Wildschwein nicht fütterst, beziehungsweise erst vom Kater kurierst. Danach fütterst. Ah, guck mal, Tor. Oh, Leer. Ah, Chest. Knoten der Leere. Das brauchte ich doch für irgendwas, ne? Goldfirst-Bestie. Die hab ich gekauft, hier bei dem Dude. Das sieht nach Arena aus. Also hier, diesen Encounter, wisst ihr Bescheid, ne? Das Wildschwein erst von seinem Kater kurieren. Könnt ihr entweder machen, indem ihr die anderen Secrets macht. Oder halt hier bei diesem Steinmanneken. Das komische Ding kauft, haben wir ja gesehen. So, dann müsst ihr zurück zum Tigertempel. Wo ihr den Arschloch-Tiger mal verhaunen habt? Wenn ihr ihn in den Verhaunen habt? Alter, der war bis jetzt der... Der knackigste. Äh, ne, der, den wir gerade hatten. Das war der knackigste. Sitzt ihr da ein Dude? Keine Ahnung, da möchte ich nicht rein. Das sieht aus wie Arena. Ist aber hier weitläufig alles, ne? Wieder ne... Ne offene Chest. Das finde ich nicht in Ordnung. Guck mal her. Meditation. Das ist ja nicht in Ordnung. Aber das ist ja nicht so, es wird mir aber... es wird mir nicht in Ordnung. Ich werde mich nicht in Ordnung. Das ist ja nicht in Ordnung. Ich bin ja wirklich nicht in Ordnung. Ich hoffe, es wird mir nicht in Ordnung. Das ist ja nicht in Ordnung. Wir werden in Ordnung. Ich bin ja auch nicht in Ordnung. Ich habe das jetzt schon schon. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ja nicht in Ordnung. So und nun mal ganz ehrlich Bei Lords of the Fallen Da gab es ja auch Geheimnisse Beziehungsweise gab es ja Drei geheime Enden Beziehungsweise zwei geheime Eins erreicht man immer Und die anderen beiden Da musste Affentennis machen Und so eine kryptische Kacke Da weißt du Wo du überhaupt nicht verstehst Warum, wieso und weshalb ich das jetzt mache Aber das hier Super cool Super cool Ich meine ich habe jetzt nachgeguckt Wo ich das Wildschwein finde Aber da hätte man auch drauf kommen können Weil da hat er irgendwas gesagt Irgendwas von Tigerfleisch Ich habe nur gedacht Ich müsste noch einen Tiger bekämpfen Aber ne Der alte Tiger So und dann gibt er dem da So eine Seerose Frisst er gerne Anscheinend Find er gut Seerosen Und dann ist er wieder hier zurück Dann müsst ihr hier den Fight mit dem Schweinchen da machen Der eklig ist Irgendwie Ich meine wir haben den First Try Aber War nicht schön So und dann rennt er hier rein Da müsst ihr hier die zweifache Vaterkatze Umballern Die sehr nett ist Jetzt Da ist der Chest Firma Seide Ja Ja und dann Werden wir wohl in der nächsten Folge Mit der Ratte da quatschen Und dann wohl was Ziemlich Großes da im Im Trichter Kommen wir vor wie bei Dune Bin ich ja mal gespannt Aber sieht das Sieht das cool aus Sieht das cool aus Alter Sieht das cool aus Ich mag es Ich mag es sehr Ich mag es wirklich 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 sehr das Spiel Es macht Unheimlich viel Laune Und Ist toll Wie vollgepackt Hier der zweite Kapitel ist Mit Secrets Die du Ja einige davon hätte ich glaube ich Weiß man nicht Hier das Loch in der Wand Das ist schon Also das ist schon nicht so leicht Da kannst du so durch Durch Zufall Weißt du wenn das Wenn der Wenn der Wenn der Boss da gegen die Wand rennt Dann kann da passieren Dass der Durchgang frei wird Naja aber Ja okay hier das mit dem Mit dem Wildschwein Hätten wir auch hingekriegt Aber hier das mit dem Kind Ne Da musst du wieder zurück Zu stellen wo du schon gewesen bist Tja I like it Ich hoffe ihr auch Ich bedanke mich fürs Zusehen Und ich wünsche euch was Bye bye Weiß Bye bye